Oterra Brü, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt von und mit Andreas Lamm-Sabort. Willkommen, mein Name ist Andreas Lamm, Journalist, Rundfunkjournalist, Autor, Buchautor, Schriftsteller, Buchautor von insgesamt 10 veröffentlichten Büchern und im sekundären Zweitberuf, dadurch, dass ich zuerst 1984 Journalist wurde und seit 1984 freiberuflich, nebenberuflich und hauptberuflich als Journalist arbeite und erst 1990 dann die dreijährige Ausbildung als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger beginnen durfte und auch mit Erfolg die dreijährige Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger absolvieren durfte, wurde ich dann in der sekundären Zweiten Berufung staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und damit das dann noch eine runde Sache gibt, alle Dinge, alle guten Dinge sind drei, bekanntlich heißt das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei, dürfte ich dann noch beim Arbeiter-Samariter-Bund, beim ASB in Mannheim, eine Ausbildung als Rettungssanitäter machen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Insofern ist es richtig, wenn ich Ihnen jetzt vor laufender Kamera erzähle, mein Name ist Andreas Lamm, ich bin Journalist, Rundfunkjournalist, Schriftsteller, Autor, Buchautor von 10 veröffentlichten Büchern, freier Straßenkünstler, manchmal leider auch viel zu oft brotloser Künstler, weil die Honorare viel zu klein sind und dazu auch noch staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger mit immerhin fast 20-jähriger Berufserfahrung. Das werden jetzt bald 20 Jahre Berufserfahrung im Oktober 2013 werden jetzt 20 Jahre Berufserfahrung als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und fast 29 Jahre Berufserfahrung, fast 30 Jahre Berufserfahrung als Journalist, als Rundfunkjournalist, als Schriftsteller, als Autor, als Buchautor, als Produzent von Radio- und Fernsehsendungen. Vor zwei Tagen hatte ich die Nachricht erhalten, dass ein Kollege aus Frankenthal, ein Nachwuchsjournalist, leider einen ganz bösen Unfall hatte, die Treppe hinunter gestürzt, es sich offenbar schwer verletzt hat. Ich war schockiert, als ich das gehört habe, weil der Nachwuchsjournalist ist noch sehr, sehr jung. Doch Unfälle fragen nicht nach Alter, nicht nach Jugend, nicht nach dem Beruf. Sie geschehen und ich nehme daher diese Nachricht, die mich doch reichlich schockiert hat, zum Anlass an dieser Stelle auch einfach mal als Mensch, als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter, Ihnen, die Sie jetzt zuschauen und vielleicht auch einen Unfall hatten oder gar krank sind, aus welchen Gründen auch immer, chronisch krank, behindert, alt, schwach oder sich schwach fühlen oder gerade nicht gut fühlen, weil Sie vielleicht auch in Trauer sind, wie ich auch, weil Sie einen geliebten Menschen oder auch einen geliebten Freund, sei es ein Tier, eine Katze, ein Hund, in meinem Fall war es und ist es meine geliebte Freundin Aila von Altmedenheim, genauer gesagt die Hundefreundin Aila von Altmedenheim, die am 11. Dezember überraschend und unerwartet verstorben ist, die meine beste Hundefreundin war und es auch noch irgendwo ist, weil die Liebe bleibt und sie lebt auch in irgendeiner anderen Weise weiter, das hoffe ich doch sehr, wenn auch jetzt nicht in der körperlichen Präsenz an der Seite von mir, so nehme ich diese traurigen Anlässe zum Anlass. An dieser Stelle allen Menschen, denen es jetzt nicht so gut geht, wünsche ich vor allem baldige Genesung, Gesundheit, Heilung und da ich einige wissen es auch an Gott, den Herrn glaube, die Gnade, die Güte und die Barmherzigkeit von Gott, dem Herrn und dass er uns Hilfe, Gnade, Heilung, Trost, Liebe schenken möge und vielleicht auch viele Tränen in Freude zum Zeitpunkt seiner Wahl verwandeln wird. An erster Stelle wünsche ich Ihnen, denen es jetzt möglicherweise aus welchen Gründen auch einmal nicht so besonders gut geht, vor allem Liebe. Ich denke, Liebe heilt viele, viele Wunden, auch viele gesundheitliche Probleme. Ich wünsche Ihnen baldige Genesung, Heilung, Gesundheit und wenn es erforderlich sein sollte, auch das ein oder andere Wunder, damit Sie bald wieder gesund werden können und dürfen. Das wollte ich doch einfach auch einmal über den Äther senden und auch mal gesagt haben, von Mensch zu Mensch gewissermaßen und auch als freiberuflich tätiger Journalist, Rundfunkjournalist, Schriftsteller, Autor, Buchautor von zehn veröffentlichten Büchern und auch mit einem gewissen fachlichen Hintergrund als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter. Gesundheit kann man sich leider nicht vollständig kaufen, nur bedingt, wie ist das zu verstehen? Ich denke, wir können uns Heiltees kaufen, wir können uns Vitamine kaufen, um Gesundheit zu schützen, zu erhalten, wir können uns Pflegemittel kaufen, Nahrungsergänzungsstoffe kaufen, aber wenn die Gesundheit, sei es durch Unfall, durch Erkrankung, durch chronische Erkrankung oder durch Behinderung geschädigt wird, dann ist es uns leider nicht möglich, die Gesundheit mit Geld wieder zurückzukaufen. Das ist in diesem übertragenen Sinne, soweit es mir heute nach medizinischen Erkenntnissen bekannt ist, leider nicht möglich. Insofern ist Gesundheit ein sehr, sehr, sehr kostbares Gut, das es zu erhalten gilt. Und oft geht es hier auch mit der Gesundheit verbunden um das Leben von Menschen und Tieren. Und insofern wünsche ich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern die Gnade, die Hilfe und die Güte und die Liebe von Gott, dem Herrn, an den ich glaube. Das ist eine Glaubensfrage. Ich denke, es hilft, wenn man an etwas Höheres oder an eine allmächtige, weltweit präsente Macht glaubt. Mir hilft es persönlich, an Gott, den Herrn, zu glauben und so wünsche ich Ihnen natürlich auch das Beste von dem, von dem ich ja auch das Beste erhoffe. Und wünsche Ihnen nur das Beste und vor allem, wenn Sie nicht gesund sind und es möglich sein sollte, dann wären Sie bald wieder gesund. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal, vielleicht dann, wenn es Ihnen besser geht, wenn Sie wieder einschalten und hoffe, dass Sie die Zeit bis dorthin gut verbringen können und Heilung und vielleicht auch das eine oder andere Wunder erleben dürfen. Für Ihre Fragen und Antworten stehe ich ganz gerne auch zur Verfügung. Sie können mich jederzeit via Telefon erreichen. Telefon in der Vorderpfalz, in Neuhofen, in der Pfalz 06236 41 68 02. Ich wiederhole, 06236 41 68 02 oder Mobilfunktelefonnummer 0175 0157, Entschuldigung, 0157 37 46 49 50. Also 0157 37 46 49 50. Da können Sie gerne auch via Mobilfunktelefonnummer anrufen oder auch weitere Informationen finden Sie im Impressum von www.radio.tv.info.org. www.radio.tv.info.org. Ich danke fürs Zusehen und wünsche Ihnen das Beste, vor allem Gesundheit und Heilung. Ihr Andreas Klamm. Redaktion und Produktion Oterra Pro Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt Andreas Klamm, Saberort, Journalist Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland Telefon 06236 41 68 02 Telefon 06236 48 90 44 Und im Internet www.oterra-pro.de